ok leute starker start herzlich willkommen zurück auf jeden fall zu jetzt kommst du nicht ne ja ja zu castlevania bloodlines ja haben wir schon weiter geht's wir sind immer noch im turm von pisa ah ja tatsächlich das ist glaube ich der part den ich meinte dass man hier jetzt so ja jetzt noch gleich besser sehen jetzt wieder hoch arbeiten muss soweit alles ist ja gar nicht mehr so schief das heißt die welt ist wohl schief das ist nicht gut ein falscher ein fehltritt und ich bin tot das war mein liebster mein liebster art von platforming wo bin ich denn hier ich bin gleich tot gespeichert das hat hier beide verpflückt ganz ruhiger sein heute man hat sich gespeichert und das wäre ich nicht wieder rausgekommen glaube ich ganz nett dass sie auf mich zufliegen die dinger die fallen lassen kann ich mal wieder wieder treffen danke wie ja 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 sagt wie Ich bin super, wenn Gegner auf mich hören. So. Passiert noch was oder? Na ja. Einfach mal rauslaufen, ne? Sehr schön. Guck mal, bestimmt der Boss, oder? Ja. Ja, guck mal, das ist ganz cool, wenn man hier oben drauf ist und so. Äh, hab ich gespeichert eigentlich? Ich mach's nochmal gerade. So hab ich jetzt eigentlich wieder diese Kugel. Ich mein, ist cool irgendwie, aber auch ein bisschen... Äh, scheiße. Was ist da passiert? Wie bin ich runtergefallen? Warum bin ich runtergefallen? Was ist der Sinn des Lebens? Äh, wie genau soll ich den ausweichen, wenn ich mal fragen darf? Wollen wir mal russert springen vielleicht, ne? Ach komm. Ach komm. Ich geh mal auf den Sack mit deinen komischen... ...Stein-Dingern hier. Uuua. Oh Gott, die Framerate. Das verfolgt ihn ja auch richtig. Ich bin ängstlich. I'm sorry. Ich bin ängstlich. Ist einfach dumm. Ach komm. Egal, er hat mehr Damage als ich. Jetzt nicht mehr. Mann! Boah, die Framerate. Hilfe. Ist ja furchtbar. Ich bin super, dass er da einfach durch mich durchfliegt. Ein Castlevania III hat mir da Damage gekriegt und man wüsste nicht, wie man entkommen soll. Ich mag Castlevania III nicht, merkt man das. Ah, das war mein Fehler. Warum hab ich da neu geladen? Das hätte nicht sein müssen. Sag mal. Juhu! Okay, es trifft mich nicht. Hm. Oh, ich kann mich auch bewegen hier. Hey, ich kann mich ducken. Und wow! Eine Pose machen. Aus Versehen. Pfff! Bzz! Na gut. Stage 3 gemeistert. Oh. The munitions factory Germany. Natürlich. 1917, ne? Wir sind im ersten Weltkrieg. Hm. ja merkt man die picke rauben naja fast das gleiche mit hüten besser als lamas mit hüten kann man nicht killen das ist natürlich ein bisschen anstrengend also die schon der germany gute musik fickere ich mich doch wieder ein bisschen rote dinger sammeln mann warum laufen wir immer so komisch zurück anstrengend ich glaube noch weiter ich auch einfach die nerven mich jetzt schon die ich weiß nicht mal was mich gerade was trifft mich denn gerade hallo was für ein scheife level jetzt schon auch interessant eigentlich dass es so mann also kann ich mich alle irgendwie spawnen lassen so dass wenn mal ruhe ist nein kommt mal wieder neue alter ich hasse deutschland also ich wusste es Ich weiß nicht, ob er mich ficken wird. Mann! Alter! Alter. Werde ich hier hops genommen? Alter, was ist das denn? Hallo? Ich kann nicht mal weg. Jesus Christ. Ich muss das speichern, leider. Alter. Besser wäre ich da wahrscheinlich niemals durchgekommen. Das ist ja lächerlich, ey. Er ist aber neu gespawnt. Sure. Ich werde hier gerade komplett hops genommen von diesen Soldaten. Dann halt so, ne? Jesus. Na, will ich eh nicht. Nichts hier? Vielleicht... Äh, oh. Hm, 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 hm. Hier, vorsichtig nach unten. Jetzt bereuen. Wie weit? Ah, da hat er nicht so weit. Nö, 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 nö. Ja, Axt schon immer am besten so. Sag ich, als Castlevania voll Honk. Wann habe ich selbst gespeichert beim Raumwechsel? Ja, gut. Was für Backflips, Alter. Ich hau einfach ab. Schnell wäre ich mit dir, bitte. Jetzt darf ich kein Dämmisch mehr nehmen. Nie wieder. Oh Gott. Oh Gott. Bisch. Hm. Hypnotisch. Und irgendwie auch sexy. Naja. Ähm. Oh Gott, ey. Ja. Hm. Ich bin wieder sehr froh, dass es keine Zeit mehr mitgibt. Oh Gott. Ich bin wiederr Kristoff. Äh. Ei, 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 ei. Ist ja schon ein Glockenturm hier wieder. Quasi. Natürlich haben die Medusen hier, ne? Oh, ich will nicht probieren. Hm, hmhm. もし, wir sind halt. Oh No, I go No, I go Hm, miss play, I should talk about it reden. Ich muss mich konzentrieren. Ja komm, machen wir uns nichts vor. Sieht echt immer so aus, als würden die halt gleich wieder aufstehen, so. Aber tun sie halt. Oh, überraschenderweise nicht. Okay, nee. Nein, m-m. Kass mich mal. Hm, wie weit geht es noch nach oben? Irgendwie habe ich gefühlt, dass hier jetzt mal so der Raum vorbei ist, aber ich habe mich anscheinend gehört. Boah, das war ein befriedigendes Geräusch. Okay, ich muss es tatsächlich auch so tun. I can do this. Okay, ich muss es tatsächlich auch so tun. Ich bin ein großer Junge. Aber anscheinend nicht groß genug. Hui! Ach, ja. Ja, so nicht, so nicht. Wäre ich oben gelandet dadurch, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, okay. Hast gewonnen. Sag mal, willst du mich eigentlich verhaftet spielen? Was habe ich dir getan? Ach. Ja, ich benutze Safesales, ne? Das spürst du. Wieso nicht? Warum nicht? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Kein Zwischenboss bisher. Jetzt habe ich wahrscheinlich was gejinxt. Ah. Momentchen mal. Schauert so. Das sieht doch ganz gut. So far. Warum kann ich da? Moment. Ach, muss ich sogar. Oh, hi. Oh, du bist sehr groß. Frankenstein. Ja, gesagt. Frankenstein's Monster, ne. Aua. Momentchen mal. Wie jetzt? Das war ein Treffer. So, hart Loch. Oh, Gott. Oh, Gott. Ihr seht genau, was ich tun muss, hä? Oh, oh. Hm, das ist definitiv ein Videospiel, dieses Spiel. Was seid ihr denn für Moppets? Will ich ins den Torwächter gegenlaufen? Na klar. Womit hab ich den gerechnet? Oh, was, was seid ihr denn, ey? Oh, was seid ihr denn, ey? Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ich verstehe. ja was das war wohl ich habe gott müssen gescheide hitboxen machen wenn man sowas von euch verlangt hey wir sind draußen aus dieser komischen fabrik oder was das ist das war das schloss neuschwanstein oder so man weiß es nicht so was ist einfach so random so dampfmaschinen hier so es hat keinen sinn hier die schweben einfach in der gegend rum ich meine was kann man häufig mal glaube ich beim spiel kritisieren oder bei hast du welche aber jetzt gerade so fällst du mal gesondert auf was ist los mit mir war mich so besoffen gerade ganz schön knapp ich kann auch mal den hier benutzen so ne so 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 we we hmm Hmm... Ba 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 ba! Wie geht sie nicht? Ah, dass man nicht stehen kann. Oh Gott. Okay, habe ich jetzt wieder genug von? Ja komm, 20 Minuten. Dann hören wir jetzt auf. Ich sage danke fürs dabei sein und ja, ne? Und nächstes Mal geht es hier weiter durch die... ...Gegend. Punkt. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!